so ich wurde gerade von einer idee für eine neue maschine vom blitz getroffen das problem ist nur mir die materialien fehlen um sie zu bauen eine maschine was was denn für eine kann die in nullkomman nichts essen zu brennen die macht was die macht wisst klang wenn sie sich bewegt klang keine ahnung was das bedeuten soll nicht also angetrieben wird sie von einem hydraulischen system das wo ich will hier keine physik vorlesung hat ich muss nur wissen was du vor dass du vor hast da eine komplizierte maschine zu bauen naja die konstruktion wird recht simpel sein aber ich brauche ein paar spezielle materialien um sie zu verstärken könntest du die materialien für mich besorgen das soll doch dein schaden nicht sein könntest du die materialien für mich besorgen es soll denn schaden nicht sein Na klar, das könnte ich wohl tun Danke, ich schulde dir was Ich brauche Folgendes Ja, die muss ich wirklich sammeln dann Na, das Spiel ist manchmal böse Das sollte alles sein Aber das Densit könnte Probleme machen Das liegt ja nirgendwo etwas rum Das ist ein ganz besonderes Mineral Das findest du nur, wenn du die großen Felsen zerstörst Ich muss also bloß ein paar große Felsen in die Luft jagen Kein Problem, so, auf geht's Time to get collecting Bye Hey Ho 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 So Untertitelung des ZDF, 2020 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 Totenkopf-Robo-Zahnrad, ja dann. Zahnräder sind eine Sache hier, aber ich hätte nicht gedacht, dass Steine so schwierig zu finden wären. Alles klar, ich sollte so besser zu Dr. Briefs zurückkehren. Ich will aber erstmal den Dragon Ball hier noch. Da wollen wir zu Dr. Briefs gehen. Das ist gar nicht gut. Aber dann gibt's auch bestimmt den Ort der Zellspiele. Da hat jemand mal Zett. Wolltest du das? Ja! Warum kosten die eigentlich so viel? Na gut, 10 Prozent wäre in Gokus Fall eigentlich wenig. Wenn ich 2 Millionen habe an TP, dann ist natürlich 10 Prozent wertvoller. Das ist aber nicht so gerade. Boah, ich find das so geil in Städten rumzufliegen. Na? Also ich muss sagen, dieses Spiel... Für Fans kann es schon sowas wie ein Game des Jahres werden können. Aber nie im Leben, dafür kommen zu geile Spiele. Dieses Jahr wird sich um Game of the Year richtig gebattelt. Aber es werden hier nur 5 bestimmte Spiele ausgewählt. Aus denen man dann frei wählen darf. Ist nicht irgendwie late. Ich würde gerne aufs Meer spielen wählen dürfen. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung. BR 2018 So, Mr. Briefs. Ich habe alles, was Sie brauchen. Oder Dr. Briefs? Nee, Mr. Briefs. Gut gemacht. Und jetzt Wissenschaft. Du hast alle benötigten Gegenstände übergeben. Jetzt kann ich etwas Besonderes Tolles fertig machen. Oh, was für eine Maschine willst du denn bauen? Was für eine... Es wird eine super Musikmaschine. Musikmaschine? In der Tat. Ich habe sie so entworfen, dass sie dreidimensionale Musik spielt und dazu tanzt. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit der Rhythmussynchronisierung. Aber mit diesen Materialien kann ich endlich... Okay, okay, alles klar. Sicher? Ich hatte gehofft, du würdest was Cooleres bauen, zum Beispiel ein Fahrzeug. Haha, das wäre zu einfach gewesen. Ich lasse hier meine kreativen Muskeln spielen, sozusagen. Oh, alles klar. Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Jedenfalls will ich dir einen Schritt näher an meinem Ziel. Vielen Dank. Oh, hier ist noch... Ist noch eine Erinnerung. Bulma ist wütend auf Yamchu. Sie beschließt gemeinsam mit Son Goku nach den Dragon Walls zu suchen und verlässt das Haus. Bevor sie geht, will sie schnell noch die Kapsel mitnehmen, die das für ihre Unterwassererkundung genötigte U-Boot enthält. Dummerweise gehört die Kapsel, die sie in die Hände bekommt, ihrem Vater noch der Breeze. Bulma schaut nach, was denn der Kapsel ist und findet Dr. Breeze wertvolle Magazine. Hä? Was ist das? Wow. Warum wohl? Damit man sie sich anschauen kann. Ach ja. Kamiehaus. 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 Das war's für heute. 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 Vielen Dank.